So, da haben wir so einen, der dann hier sich auch ganz toll entwickelt. Machen wir gleich nochmal schön ein Foto von. Dann zeige ich euch hier die ganz natürlichen Verschleierungsbeutel. Und dann hatte ich heute noch Besuch von Fliegern ohne Camp Trail. Ohne überhaupt irgendeinen Trail. Haben mich so ein bisschen angeflogen hier. Und den hat man mir dann noch so da persönlich für mich hingesetzt. Kein Anfang. Kein Ende. Mysterious.